Hallo zusammen, mein Name ist Loris. Ich mache meine Lehre als Anlageapparatenbauer hier bei der Franken. Ich zeige euch heute meinen Alltag und weshalb es euch ein Traumjob sein wird. Meine Haupttätigkeiten sind Kundenaufträge fertigen. Dafür haben wir verschiedene Fertigungsverfahren. Die meisten benutzten sind Schleifen, Stanzen und Schweissen. Als ich hier empfangen und angefangen habe, fühlte ich mich sehr willkommen. Ich wurde ziemlich schnell aufgenommen. Mit den Leuten, die hier schon länger waren und ziemlich schnell dabei waren. Eine Person, die sich hier bewirbt, sollte ein gutes Vorstellungsvermögen haben, kreative Ideen und ein kleines handwerkliches Geschick. Aber der grösste Teil wird hier beigebracht. Mein persönliches Highlight war das Kennenlehrlager, weil man dort extrem viele neue Kontakte knüpfen konnte und sich mit allen bekannt gemacht hat. Ich fühle mich ziemlich wohl in meinem Team. Die Stimmung ist sehr gut bei uns und wir sind immer füreinander hier und helfen einander. Franken ist in verschiedenen Bereichen tätig. Einerseits in der Kaffeemaschine, der Küchetechnik und der Luft- und Raumfahrtechnik. Das wäre mein Alltag hier als Anlageapparatenbauer bei Franken. Und wenn ihr also eine kreative und abwechslungsreiche Lehr sucht, dann bewirbt euch heute noch hier bei Franken. Bis bald! Da seitens! Bis zum nächsten Mal.